Moin moin, herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1 Ich spiele heute mal AO-Barung und zwar auf der neuen Map, die jetzt letztens erst gestern rausgekommen ist, nämlich Nivell Nights, also auf deutsch Nivell Nächte und ich hatte keine Lust mehr auf Hellriegel, deswegen jetzt Rimmel Roy. Die Runde hat aber schon angefangen, deswegen, ich bin halt in eine laufende Runde reingejoint, so, jetzt hab ich's. In dieser bin ich deutschland, als ich letztes Mal gespielt habe gestern, als er rauskam, war ich Frankreich. Ich kenne die Map, also schon ein bisschen, in dieser bin ich keine Runde. Jetzt stirbt er direkt, na. Loll, ich hab ihn, ohne irgendwie richtig zu ziehen. So, ich glaub, man kann jetzt auch auf Einzelfeuer umstellen, ja? Loll. Das ist mit dem neuen Patch rausgekommen, jetzt. Ich wusste, ich hab grad eben noch TTT aufgenommen, Maze. Das ist grad, ich bin grad gewöhnt, ich wollte deswegen auch nur einmal drücken, um anzuvisieren und sprinten, macht man ja automatisch. Auf jeden Fall nicht mit Schiff oder so. Naja, Klassenrangerei, okay. Sturmsoldat, Klassenrang 15, nice. Verliert er grad'n Leben. Das ist also ein Schaden, da sag's ja kurz so aus. Na, ich will da rein. Ja. Einsatz, die Cäsar, Wollt, ja, sonst. Ich find hier so ein bisschen unausgeglichen oder so, die man nicht weiß, also wann. Ja, kommt, ich trefft nichts. Nee, also irgendwie ist immer ein Team hat, äh, man kann eben einfach nicht, doch hier. So, ein Team hat irgendwie fast alles immer, das andere nicht. Und dann wechselt das irgendwie öfters und so. So, ach, ich bin hinten drin, ja, alles. So, sind hier die Feinde, ich hab keine Lust. Oh Gott, ist mir ja gar nix. Ui, wie er so rumspringt. So auf, die Tanzegräben. Dann gib ich so die eine sein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Niederhaltungshilfe. Ein Spieler, der ist drüber, seine Truppex-Videos aktiviert. Hab ich nicht auch einen aktiviert? Also einspauen. Kopftreffer-Bonus. Nice. Hallo? Ich bin hier auf die Baumstimme drauf. Hm, Gewehrgranaten hab ich schon, alle Kills. Hab ich auch auf Aufnahme. So, ich war, hier sind jetzt irgendwo lauter Feinde. Ach, da hinten. Und die Spielergranate, wenigstens nicht die Hellriegel, was das war, hat mich gekillt. Ui, nur einer von uns hat einen Flammenherf, was ich, hat man oben rechts gerade gesehen. Also ich finde, läuft ja schon mal zwei Kills, oh doch, zwei Kills, zwei Tode, geht eigentlich noch. Ja, äh, nicht FG, bitte. Dankeschön. So, dann gehen wir mal dahin, wo unser Truppführer sagt, wir sollen hingehen. Wir sind unser Truppführer. Da, Millennium, okay. Unser Truppführer, aber der läuft so hinter uns. Darum, der da. Jetzt drehe ich mich nochmal so um, wird von hinten in den Rücken geschossen. Also von der Richtung. Oh Gott, von da oben. Was war das gerade? Was, was war das für ein Aim von mir? Oh Gott. Das war ja einfach nur Behinderung pur. Hier gerade, ich muss ziemlich viele Fahrzeuge beschädigen. Ach, jetzt wird's in den Weg gemacht. Ich hab gesehen, dass dein Account ist in mich die Kante dahin geworfen. Hat aber auch nichts gebracht. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Oh, übertreib. Ja, genau. Genau. Und der mit da, an MP18, ich dachte gerade Automatico. Hier gibt's irgendwie so Feuerwerksraketen, die man abschießen kann. Ach du Scheiße, geht's da. Als ob ich durch das Ding dann geschossen hab. Ja, Panzerbüchsenkill. Lo. Der nimmt mich auch mit der Panzer... Natürlich nimmt er mich dann auch mit der Panzerbüchse. So, der andere. So. Erstmal den Weg machen. Erstmal hier Brandgranaten. So, eh. Entschuldigung, uns. Wir schießen hier mal. Ja, erstmal Kills abstauben hier. So. Äh, da lang geht's ja gerade, da ist ja noch einer. Ja. Gut. Das war nicht geplant. Okay. Ich glaube, das bringt nichts. Oh Gott. Ja, äh, ja. Malik. Ich bin noch der Todgöpfe, auf dem wir bisher irgendwo ein Feind. Ja. Spawnt er mir direkt im Gesicht. So, jetzt brauch ich noch keinen Malik mehr. Jetzt regeneriere ich das so. Da lag gerade ein Tod am Ende. Der bringt mir jetzt auch nichts. Ja, okay, ich bin weg. 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 sorge schon niederhaltungshilfe mann da ist ein lauter snipe immer sturmsoldat den habe ich gemacht da ist er ja die rübelhäuser kreuzer jetzt war der wick der sekunde also jetzt 10 kitts mit dem revolver und ich bin tot okay ich bin doch nicht gut ich dachte weil es eine granate geflogen und jetzt bin ich tot aber noch killhilfe ja ich habe das fahrt habe es beschädigt den landkreuzer einmal ich will jetzt auch b einnehmen und wir haben verloren ja gut das video geht auch nicht gerade sehr viel länger als sonst hier kommt sowas nicht gut die map geht auch noch es gibt das neue feature bester trupp ich glaube wir sind nicht der wirst du doch nein ich würde behaupten eindeutig nicht irgendjemand abgespielt oder ist kramkäfer die auch atmen er spielt das ok und vielleicht auch highlight des tages dann kann ich mir ein battleback kaufen erstes highlight des tages um mich oder allgemein battleback gut dann halt nicht ich bin jetzt erst 10 gilt zum revolver ok nummer 3 krank 15 jahre jetzt kommt die geschätztzeit noch 66 minuten unterstützungseinheit warum warum gut platz 15 nicht so gut hier bedanke ich mich für das zuschauen und ja ich nehme die nächste und auch noch auf und dann bis zum nächsten mal ciao